ja hallo und wir sind wieder in einem radar gespräch wir haben heute sind wir zu dritt am tisch ich sag mal hallo siri kyle schön dass du da bist hallo urs auch dass du dir zeit genommen hast du bist freie kulturarbeiterin und musikjournalistin arbeitest viel beim ndr bei beide fm hast du früher gearbeitet und ich habe mir beim ndr nachgeschaut das ist einer der gründe warum wir auch auf dich zugekommen sind dich einzuladen dass du dich über die frage interessiert was pop und gesellschaft miteinander zu tun haben und wo auch da die wechselwirkungen passieren welche zusammenhänge sich erkennen lassen von soundtracks von musik die heute stattfindet und von dem wie sich gesellschaftliche entwicklung eigentlich dann auch damit ergibt so du bist sonst hier in hamburg am reeperbahnfestival mit beteiligt viel am reeperbahnfestival selbst nicht sondern auch über den ndr beteiligt an einem format das nennt sich ndr blue backstage und das ist eine eine live show die läuft naja die hat es jetzt fünf jahre auf dem reeperbahnfestival gegeben und deren konzept war immer abzubilden wer spielt auf dem reeperbahnfestival was gibt es für aktuelle entwicklung welche gäste sind dort was sagen die veranstalterinnen zu aktuellen themen die in dem ja was weiß ich die in dem ja aktuell und virulent waren dass die von den gastländern bis zu aktuellen diskursen wie key change also sprich 50 50 beteiligung von männlichen und weiblichen künstlerinnen und künstlern gremien betreuung und so weiter also alle solche themen wurden in dieser sendung verhandelt mit gästen aus den ganzen reigen der festival veranstalterinnen und der business leute aber es waren autoren da und die idee ist gewesen eine stunde lang hatten wir zeit haben das live gesendet und haben da sowohl gespräche geführt als auch live musik gehabt und das schöne war was das besondere war was wir beim ndr und sonst als radio leute überhaupt nicht haben dass wir publikum hatten und in dem kontext halt eine stunde lang sehr sehr nah die situation herstellen konnten dass künstlerinnen und künstler in der alten diebe auf der reeperbahn hat das immer stattgefunden bis aufs erste jahr da war das in der prinzen bar sehr nah bei künstlerinnen und künstlern waren die uns besucht haben alle ein zwei songs gespielt haben und interviewt wurden und dann wieder gegangen sind und es war immer ein sehr sehr schöner schöne möglichkeit aufzufangen was wie das festival funktioniert wie es läuft dieses jahr geht es natürlich alles nicht deshalb haben wir ein anderes format das wird eher so aussehen weil wir keine gäste haben können wird es eher so aussehen dass wir eine art das festival reeperbahn festival hat sich ja vorgenommen dieses jahr ein bisschen experimentierfeld zu sein für die frage wie fühlt sich eigentlich live musik unter pandemie bedingungen an also sprich was macht es mit allen beteiligten von den bands musikerinnen musikern bis zu den mitarbeitenden in den clubs bis zum publikum was machen diese hygiene bedingungen mit einem was macht es mit mir wenn ich mich an einem punkt befinden muss eigentlich nicht richtig tanzen darf als frau im publikum und wenn ich zum krisen will muss ich eine maske aufsetzen oder auf die toilette und so also was macht es mit mir als musikerin wenn ich eigentlich punk rock spiele aber nicht so atmen darf so intensiv wie es gewohnt bin beim punk und wie gehe ich damit um verändert sich dadurch meine musik verändert sich dadurch meine bewegung auf der bühne verändert sich interaktion das sind eigentlich alles ziemlich interessante fragen und gleichzeitig gibt es aber vielleicht auch antworten mit denen man dann in der zukunft gucken kann was funktioniert was funktioniert nicht und wie gesagt das hat sich das reberbahn festival das hat sich die hamburger politik auch ein bisschen vorgenommen dafür den rahmen zu liefern und dieses dieses format ndr blue backstage versucht jetzt in zwei stunden an drei tagen jeweils genau diese ganzen fragen zu beleuchten die leute mit denen die dort unterwegs sind und auch da wieder von musikerinnen musikern veranstaltern journalistinnen kollegen konferenzteilnehmern bis zum publikum zu fragen okay wie fühlt es sich an was macht es mit einem was ist davon für die zukunft weiterzuentwickeln und was nicht also so ein bisschen so ein versuch des auge und ohr dieses festivals zu sein das müssen wir oder wollen wir gerne in diesem jahr versuchen weil wir eben halt nicht unsere geliebte publikums situation ja das ist ja schon auch das stichwort so wir haben ja auch keine publikums möglichkeiten mehr produzieren seit ein paar monaten oder mehreren wochen jetzt diese plattenfrost der television wo auch diese dieses gespräch dann ausgestrahlt werden wird und im endeffekt sind uns auch jetzt die hände gebunden also man kann keine tanzlustbarkeiten wie das ja so schön heißt irgendwie also gesellige veranstaltungen mit einem ordnen mit einem bar und resen verkauft der finanziert was eine spielstätte tut oder so bloda bist du ja schon lange hier drin du machst seit 28 jahren hier dieses kulturschiff mit eigentlich hauptverantwortlich schon immer tief drin so wie siehst du die lage wie geht das weiter am riverbahn festival wird ein gehversuch gemacht wie das gehen kann erst mal wie sieht das für geschlossene spielstätten aus mit begrenzten räumlichkeiten ja gut ich würde ganz ganz gerne eigentlich mit einem vergleich beginnen nämlich bei der bei der darstellung der kunst nämlich zwischen musik und theater beim werden dieses thema auch schon aber beim theater ist es so dass es die staatlichen die staatlichen institutionen gibt und darüber hinaus ist es ist ein vernehmen dass es das öffentliche interesse daran besteht dass man freie theater hat und die werden auch die werden auch die werden auch gefördert die werden teils teils finanziert ich sag mal mit 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 über 50 prozent vom vom aufwand und diese 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 so so war das eigentlich schon schon lange in deutschland dass man eigentlich diesen konsens hatte so funktioniert das in der in der musik ist es ist es deutlich anders man hat die man hat auch die großen staatlichen institutionen und man hat dann die die freie szene die eigentlich die 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 diese im musik schaffen das das musik schaffen finanziert über die über die über die klubs über die klubs über die klubs über die spielstätten und dort ist dort ist wirklich so dass das deutsche phänomen dass man das mit bier verkauf macht und das hat ja das hat ja wirklich immer einschneidende bedingungen gehabt schon schon lange zeit aber das hat auch irgendwo hat das auch funktioniert also wenn ich die 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 letzten zwei drei jahrzehnte anguckt war war gab es so ganz einfache ganz einfache systeme man hat einerseits jetzt so als als musikklub hat man türeinnahmen mit dem die tür die türeinnahmen die gehen mehr oder weniger zu 100 prozent genau in diese in diese mikroökonomien des musikschaffens die damit werden gagen bezahlt damit werden veranschauungstechnik mal mehr und mal weniger bezahlt aber auch damit wird wird öffentlichkeitsarbeit gemacht und damit werden reisekosten finanziert und unterbringungen und was weiß ich und das ist ja wenn man jetzt so ein kleine spielstädte wie die stumnitz anguckt wir haben die 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 letzten jahre in größenordnung größenordnung vier bands pro woche vorgestellt ist so diese 200 bands pro jahr war durchaus üblich wir haben wir haben die wir haben die auch dokumentiert wir haben also dass das aktuelle musik schaffen dokumentiert und und finanziert wurde das gewissermaßen mit mit der größenordnung 400 besuchen pro woche wo man nicht alle besucher eigentlich direkt für diese für diese musik hatte sondern zum teil hat mal gesellige veranstaltungen gemacht mit 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 tanzmusik und so weiter damit man eine querfinanzierung mal hin machen kann zu dem zu der zu der musik die die inhaltlich die subjektiv inhaltlich von bedeutung ist aber das sind das sind so gesehen sind das sind das pro pro woche wird jetzt unsere kleine spielstädte die pro woche eine finanzierungsleistung von größenordnung 4000 euro die eigentlich in dieses in dieses aktuelle musik schaffen gegangen ist und von dem viele künstler wirklich auch einfach existiert haben also viele der musiker die 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 also nach den fünf fünf sechstausend konzerten oder so die ich die ich gesehen habe viele der musiker die für mich eine bedeutung haben die existieren eigentlich genau von von dieser situation und gutes das sind das sind die die eintrittseinnahmen mehr oder weniger dann dann hat man natürlich die die biereinnahmen jetzt um das oder die die gastronomie einnahmen die sind noch mal in einer ähnlichen größenordnung dort aber immer erst mal denn 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 den den wahren einsatz und so weiter die arbeit die arbeit die arbeit zu bezahlen also so gesehen ist vielleicht 40 prozent was übrig bleibt und das ist normalerweise eigentlich das jenige was den club finanzieren soll in unserem fall hat das halt weniger jetzt die die mitarbeit in dem club finanziert sondern den schiffserhalt das ist bei uns noch mal eine sondersituation weil einfach der auf der die instandhaltung von diesem denkmal extrem aufwendig ist aber so so hat so hat diese so hat diese existenz jetzt extrem lange ausgeschaut und jetzt jetzt wenn ich wenn ich das so pi mal daumen plus betrachte dann dann haben wir jetzt 25 wochen betriebsstopp das sind das sind jetzt alleine schon bei der finanzierung diese mikroökonomien sind sind das ist das ist eine größenordnung von 100.000 euro jetzt nur von unseren spielstädten die eigentlich diesem sektor verloren gegangen sind und entsprechend drastisch liegt das alles am boden dass die 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 künstler die die freien die die freischaffenden musiker die gibt es de facto nicht mehr weil sie gar nicht mehr schaffen können also dies machen heute die machen heute ein tontechniker macht heute nicht mehr tontechnik sondern macht irgendwie einen blöden it job oder oder auch einen anspruchsvollen it job und der musiker der geht von mir aus in die alten pflege und was weiß ich was also die diese ganze sektor ist ja einfach tot das richtig richtig tot ist eigentlich eine drastik in meinen augen im musikschaffende gegenwart was was total unterbelichtet ist man spricht man spricht davon dass das veranstaltungswesen dass dass das ein großes problem hat irgendeiner klar veranstaltungswesen hat auch ein großes problem hotellerie hat auch ein großes problem restauration hat ein großes problem aber das musik schaffen was eigentlich und das freie musik schaffen was sowieso schon immer total unterfinanziert war wo existenzen waren die mit einfach mit mit dem neviertel dessen die existenz ihre existenz irgendwie bestritten haben was 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 im niedriglohnsektor üblich ist und so weiter und die halt wirklich die überzeugungstäter gewesen sind die sind jetzt alle quasi aufgelaufen und da hat auch die politik im moment bisher bisher keine keine antworten gefunden wie man wie man diese situation überhaupt begegnen kann wenn ich da mal so ein greife oder so einschneide so wenn das wenn wenn man das so hört irgendwie so nimmst du das aus den umfeldern in denen du unterwegs bist nimmst du das auch so war dass sie dass gerade die existenzen von künstlerinnen musik schaffenden kultur schaffenden der so oder so ähnlich in den bereichen liegen oder wie ist das aus dem kosmos in dem du unterwegs bist also die situation für die meisten musikerinnen und musiker die ich kenne ist tatsächlich extrem wirklich extrem schwierig aufgrund der ganz grundsätzlichen präkarisierten bedingungen unter denen sie grundsätzlich also wieso schon gewohnt sind zu arbeiten und die letzten monate haben tatsächlich total reingehauen weil es unter anderem die einkünfte wie du es ja auch gerade ausgeführt dass die einkünfte so wie geplant nicht reinkommen also sprich wie viele bands mir in letzter zeit begegnet sind die im laufe dieses jahres eigentlich entweder eine veröffentlichung hatten das betrifft aber auch nicht nur bands betrifft unter anderem auch autorinnen und autoren die zum beispiel vor hatten oder ihr buch im februar veröffentlicht haben die lesereise komplett gebucht hatten wie jetzt zuletzt ted geier den ich zuletzt im interview hatte mit seinem buch argumentepanzer war ist im februar rausgekommen lesereise komplett durch gebucht und musste alles abgesagt werden ein beispiel und viele andere haben ganz besonders auch was weiß ich vielleicht haben sich gerade newcomerinnen und newcomer dieses jahr vorbereitet ihre erstes album rauszubringen zum beispiel auch wieder letztens krach und getöse preisverleihung die ich moderiert habe für rock city auch da viele junge bands die dieses jahr ihre große erste tour machen wollten geht alles nicht veröffentlichung wurde verschoben also spricht was es da alles auch an wirklich harten biografischen einschnitten gibt und wir wissen das ja alle weil wir in irgendeiner form alle mit dieser art von kultur produktion zu tun haben wie viel absoluter absolutes persönliches commitment dazu gehört das überhaupt zu seinem lebensentwurf zu machen und gleichzeitig dann aber in eine situation zu geraten wo du in keiner form eine zuschreibung hast du kannst tatsächlich aktuell niemanden richtig dafür verantwortlich machen dass du in dieser scheiß situation bist du kannst nur gucken und das ist an vielen stellen zumindest in hamburg ja eigentlich auch ganz okay geglückt das ist zumindest für diejenigen irgendeine form von öffentlicher unterstützung gab die in der lage waren die anträge dafür auszufüllen also ist also hamburg hat da ja relativ okay reagiert immerhin mit zweieinhalb tausend euro am anfang für solo selbstständige und jetzt noch mal mit dieser neustart prämie das ist alles total super aber wir wissen natürlich auch irgendwie anfang märz anfang april zwei zweieinhalb tausend jetzt noch mal 2000 das reicht natürlich nicht um deine einnahmeausfälle zu kompensieren und die antwort darauf auch ganz grundsätzlich rein von der politik ist natürlich in der regel zu sagen na gut dafür gibt es dann halt jetzt diesen leicht erleichterten zugang zur grundsicherung auch das ist was wo wir wissen dass die kulturschaffenden die es betrifft als soloselbstständige arbeiten und wirtschaften nicht so dass sie mal eben in die grundsicherung gehen können und dann wieder raus gehen können also all diese ganzen schwierigkeiten die damit verbunden sind den eigenen lebensentwurf und das ist glaube ich auch ein riesen problem über diese zeit zu retten ohne zu wissen wie lange diese zeit dauert weil die perspektive von niemandem in irgendeiner form gegeben werden kann also es gibt keine verlässlichen hinweise die einem irgendjemand geben kann und gleichzeitig hast du aber auch das problem dass du nicht du kannst in dem sinne im moment gerade ganz schwer nur einfordern und sagen ich hätte jetzt da und darauf ein anrecht aber ich das ist das was ich glaube ich was was wichtig ist dass man sich im zweifelsfall darauf einigt dass kultursubvention etwas ist worauf man ein anrecht hat als kulturschaffende und kulturschaffende und die möglichkeiten die der staat sieht dort zu helfen müssen unbedingt ausgeschöpft werden und wenn ich mir angucke wie es in hamburg zum beispiel in der clubszene aussieht auch da ist es so die förderinstrumente die es gibt und im moment sagen selbst mitglieder des klubkombinats naja im moment haben wir quasi sowas wie verstaatlichte clubs also wir werden auf eine art so finanziert und so gefördert dass wir in irgendeiner form versuchen können diese situation zu überbrücken und auch da muss man sagen es ist relativ es ist wirklich relativ viel was versucht wird an möglichkeiten trotzdem ist es so aus dem selben aus dem mund derselben personen kommt am ende ich weiß aber nicht wer am schluss auf alles auf der spielfläche noch stehen geblieben sein wird also welche welche club figuren werden noch stehen und welche werden umgefallen sein und das ist aber dass diese diese feststellung oder diese diese möglichkeiten nicht zu haben zu sagen wir können wir können einen plan entwickeln der das verhindert dass er sagt am ende stehen noch alle das finde ich so beklemmend im moment dass keiner aller beteiligten so bei dem besten willen den man vielleicht auch haben kann oder den ich auch tatsächlich in hamburgs fall auf jeden fall der kulturbehörde unterstellen würde keiner kann sagen wir können am schluss behaupten zu wissen wer schafft es und wer schafft es nicht und das finde ich das finde ich bitter manche probleme davon so klang das jetzt auch an was du es schon gesagt hast oder so erlebt dass auch ich seit ich in der kultur tätig bin und da unterwegs bin ist er viele der präkarisierten lebensmodelle waren ja schon vor corona im endeffekt ein immer schwelendes problem in dem natürlich auch meine kann man sich auch fragen ist durch eine präkarisierte lebensstellung irgendwie wird da dann bessere andere kunst entworfen weil man eben unter einem anderen druck steht wie wenn man schön gesättigt irgendwie erst mal morgens seinen gang gehen kann wie andere arbeitnehmerinnen in besser gut situierten berufen oder so oder bringt das dann also bringt das den nötigen schmiss dann rein dass man dann irgendwie coole kunst macht oder so aber das problem dass kultur orte und schaffende haben ist ja schon eigentlich davor so gewesen und jetzt nur wird es halt sehr ich habe das ich habe dazwischen gequatscht und habe deswegen den letzten satz nicht gehört also das problem dass wir gerade besprechen war ja schon vor corona im endeffekt eines und da ist ja quasi die frage was du jetzt gemeint hat es so freie theater spielstätten für oder staatlich finanzierte schauspiel häuser und so weiter die stehen ja ganz anders finanziert da schon seit vielen jahren im vergleich zu clubs und kultur und musikkultur von spielstätten wie wir sie eine sind oder auch wie hafenklang westwerk und so weiter und so fort das ist ja am endeffekt schon länger eine schwelende frage so die sich jetzt vielleicht auch mal argumentieren die wir gerade auch durchsprechen so also ein bisschen vorsichtig werde ich mit diesem begriff dass man jetzt de facto staatliche klux hat weil das das was er das was er im moment also ich hamburg hat sehr deutlich besser reagiert als als viele andere städte in deutschland das ist so eine zweifel sowohl gegenüber den selbständigen wie auch gegenüber den spielstädten aber das was bei den spielstädten passiert ist ja eigentlich das jenige das muss mehr so vergleichen wie der der patient der im spital ist der ist ja aus der produktivität raus und die 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 kosten die er im moment verursacht die werden öffentlich getragen aber die die diese diese leistung die er gegenüber der musik schaffen gemacht hat wird er damit nicht aufrechterhalten und also ich bin total einverstanden dass ich sage okay hamburg hat da entschieden gesagt okay wir wir schaffen erstmal eine interims eine interimsfunktion diese 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 interimsfunktion ist zum zum teil inzwischen auch problematisch weil also wenn ich das bei uns guck am anfang hat das alles relativ rasch funktioniert man hat unabwendbare kosten quasi geltend gemacht und hat 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 die auch relativ zeitnah erstattete halten inzwischen ist es so dass man anträge stellt zwei monate wartet und dann kommt dann kommt die 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 erste reaktion darauf die sagt ja sie haben sich das jetzt so überlegt dass wir zuerst mal diesen bedarf beim bund anmelden muss beantragen muss und wenn der bund dann entschieden hat was er davon übernimmt dann würde das land die andere hälfte übernehmen und da sage ich ja halt moment so funktioniert eigentlich so funktioniert so kann der liquiditätshilfe nicht funktionieren weil wir haben jetzt rechnungen in der zweiten und dritten mannstufe wir haben löhne die ausstehen und rechtlich gesehen jetzt ohne diesen aufschub den man den man sagt immer insolvenzrecht müssen wir jetzt schon sagen wir wir können die verantwortung eigentlich für die entwicklung nicht mehr übernehmen also mal um das so ein bisschen zu relativieren mit der verstaatlichung der klubs das ist aber das ist mir schon klar dass das eine zugespitze formulierung ist weil natürlich dazu auch gehört dass der rechtliche rahmen ein staatstheater hat ein rechtsrahmen der für sich der ganz klar für die institution feststellt wer verantwortlich ist das bezieht sich im zweifelsfall aber auch auf sämtliche betriebs vorgänge also sprich ein staatstheater ist in einer völlig anderen situation als die klubs die jetzt nun mal finanzielle unterstützung von seiten der in diesem fall der stadt hamburg kriegen von daher ist es eine zugespitzte etwas polemische formulierung zu sagen es sind verstaatlichte klubs aber nichtsdestotrotz empfinde ich das im moment gerade als eine situation die ich deswegen aber auch auf der art phänomenal finde wenn man es ein bisschen umdreht noch mal zu sehen weil du das eben auch gesagt hat ist nämlich was was ist eigentlich die aufgabe die klubs übernehmen in einer kulturlandschaft und was dieser aktuelle dieses dieses aktuelle wahrnehmen dessen wenn man sich überlegt was könnte am ende von dieser landschaft noch übrig bleiben und man hat ein szenario so wie ich es eben auch schon geäußert habe dass sich das ganz schrecklich anfühlt feststellen zu müssen nicht zu wissen was am ende noch dann ist damit aber auch was verbunden was natürlich vielen leuten die sich vielleicht sonst wir machen das vielleicht rein von unserem eigenen lebensalltag und unseren berufsgewohnheiten her viel öfter weil wir uns in diesen szenen aufhalten wir sind unterwegs in den hamburger clubs oder in der landschaft kennen die dazugehörigen menschen und die akteure und sind vielleicht ein bisschen weiter drin als diejenigen die es in anführungsstrichen nur konsumieren was nicht wertend gemeint ist und vielleicht sogar noch ein bisschen weiter weg sind diejenigen die im zweifelsfall die gelder dafür zur verfügung stehen weil die sich vielleicht nicht so häufig überhaupt in diesen gefilten aufhalten für die sie dort politisch verantwortlich sind womit ich jetzt niemandem in der kulturpolitik unterstellen will dass er oder sie keine ahnung von dem club leben hat aber nichtsdestotrotz was man im moment gerade merkt ist dass es fällt allen beteiligten auf was es eigentlich worum es hier geht also der wert dessen worum es hier ganz grundsätzlich geht und dafür ist auch die club landschaft nur ein beispiel von vielen also ich glaube dass was wir im moment gerade innerhalb dieser pandemiesituation erleben ist dass sich eine komplett neue perspektive darauf eröffnet welchen wert haben die dinge um uns herum und dazu gehört eben auch in diesem fall welchen wert hat es für eine landschaft wie hamburg dass es hier kulturelle infrastrukturen in bestimmten quartieren und stadtteilen gibt und wenn ich jetzt auf nach st pauli gucke dann gucke ich natürlich da auf die clubs auf die musikclubs gucke aber natürlich auch auf die bars also sprich und da ist hat man so eine ähnliche situation wo man erst auch wieder neu lernen muss sich da rein zu versetzen und es ist glaube ich sowieso eine extreme zeit des lernens und das neue perspektiven einnehmens im moment für alle beteiligten auch da müsste die politik jetzt ist ja die politik auch aufgerufen von dem was ich mittlerweile gegründet hat und bar kombinat nennt nämlich bar betreiberinnen von was ich mittlerweile über 100 bars in diesem näheren umfeld st pauli und noch weiter hinaus die halt sagen naja eigentlich sind wir erstens sind wir auch kultur räume weil sich bei uns kultur abspielt bei uns wird legen dj's auf bei uns wird kultur im sinne von sozialer kultur gepflegt gleichzeitig sind wir milieuspezifisch extrem wichtig weil wir dazu beitragen dass gewachsene strukturen auf also wir sind hier wir sind hier gewachsen und wir müssen hier bleiben damit dass die infrastruktur bleibt also sprich was macht man mit diesen betrieben die aber nicht als kulturräume deklariert sind wir hängen da auch mit dran also wenn wir dann flyer haben oder unsere konzert ankündigungen im endeffekt sind gute orte sind dann bars wo sich die menschen aufhalten die das interessieren könnte die dann für einzelne veranstaltungen dann in hamburg eben unterwegs sind so also die reisenden konzertbesucherinnen der stadt so und darum herum so ja und das sind halt ganz kurz noch mal ganz kurz und das sind halt so fragen wo ich mich dann zum beispiel auch frage gibt es darauf eine leichte antwort nein weil wir mit dieser situation nicht nicht wir haben nicht gelernt damit umzugehen plötzlich obwohl es in den letzten jahren schon oft so war dass man sagen muss stichwort gentrifizierung also gentrifizierung ist jetzt mittlerweile ein altes wort 2009 spätestens stark etabliert in hamburg durch das netzwerk recht auf stadt gänge viertel und was weiß ich also sprich eigentlich ist das kein neues wort mehr der vorgang ist nicht mehr neu aber jetzt wird es wird umso drastischer deutlich was es bedeutet wenn verdrängt wird weil existenziell bedroht und damit für immer verschwunden und jetzt ist das sitzen wir vor einem stadtteil der möglicherweise in einem halben jahr ohne dass irgendjemand was tun kann in anführungsstrichen oder glaubt niemand was tun zu können der in einem halben jahr komplett anders aussehen könnte und in dem in dem sinne ist es jetzt glaube ich in der situation wo es auch da wieder darauf ankommt dass alle beteiligten und dazu gehört natürlich dann auch wieder die politik aber auch privatwirtschaftliche leute sich dazu bewegen lassen müssten zu sagen okay welchen anteil habe ich daran und ich meine jetzt zum beispiel ganz konkret wenn mieterinnen und mieter von gewerberäumen wie clubs ihre miete zurzeit einfach nicht zahlen können weil sie keine einkünfte haben oder wie bars dann ist die frage okay wie kriegt man zum beispiel mieterinnen und vermieterinnen und vermieter dazu zu sagen dann muss an der stelle vielleicht die miete nicht nur gestundet sondern reduziert werden so wie das zum beispiel in zürich oder substituiert oder substituiert hat sich eigentlich logisch an genau so wie es in zürich ja angeleiert wurde also da gibt es theoretische möglichkeiten sind ja im prinzip auch zwei themen die zusammenkommen auf der einen seite hat man jetzt wenn man sagt klub kombinate hat irgendwie 200 mitglieder in in hamburg und die sind jetzt alle leer die 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 leute wissen nicht wohin gehen die machen dann versammlungen unter freien himmel und dann kommt die polizei und macht macht quasi diese versammlungen auseinander weil sie sagen ja das 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 geht jetzt nicht das ist so das das soziale das soziale aspekt also und die da ist da besteht ja keine trennschefe also selbstverständlich gibt es dieses soziale problem dass die das die leute sich nicht mehr treffen können das ist die 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 eine seite der metallie und tag da gehören die ganzen bars natürlich dazu die die bars die die restauration die irgendwie auf 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 halbmast fährt und 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 so weiter gehört alles dazu und da gehört auch ein teil der musikklubs auch dazu und bei unter den musikklubs ist es gibt es nicht nicht so richtig die trennschärfe was 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 ist jetzt sozial soziale verlust und was ist was ist was ist ein kulturelle kulturelle verlust das wurde bisher nie gemacht also in hamburg nicht in deutschland nicht wurde diese 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 inhaltliche trennschärfe die wurde gar nicht entwickelt dass man sagt es gibt es gibt es gibt es gibt musik die die im prinzip den charakter von einer kleinen kunst hat das 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 kulturelle werte eigentlich präsentiert werden dass das 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 eine übersicht geschaffen wird über über das über das aktuelle musik schaffen über das sagt über das moderne musik schaffen der jeweiligen zeit das betrachte ich eigentlich noch mal als ein selbst separiertes problem und ich habe im moment habe ich sehr stark die befürchtung dass das nicht ganz so richtig auf der politischen agenda ist dass dass man diese trennschärfe dass man diese trennung macht dass man das wirklich auch als als zwei probleme betrachtet und sagt ja gut dass das das musik schaffen selber muss eigentlich auch unter neuen bedingungen funktionieren also diese 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 mikro diese mikro ökonomien die das musik schaffen finanziert haben die müssen auch irgendwie substituiert werden so wie das jetzt deswegen habe ich diesen vergleich gebracht mit dem freien theater so wie das beim freien theater schon lange schon lange konsens ist muss man sich heute überlegen wie wie und die das mit dem bierverkauf ist ja auch so ein bisschen stellvertretend sagt dies dass das mit dem bierverkauf nicht mehr funktionieren kann bierverkauf ist also stellvertretend weil man sagt jeder jeder musikklub hat irgendwie seinen biervertrag worden nicht rauskommt und er kann sich nicht leisten aus dem vertrag nicht zu nähern und so weiter aber das beinhaltet ja auch dass man dass man dass man gesellige veranstaltungen macht dass man kommerzielle veranstaltungen deswegen macht um dann die inhalte wieder finanzieren zu können das das ist mein beispiel dass man sagt okay unsere leute die machen dann unter umständen die 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 ganzen überzeugungstäter in der veranstaltungstechnik in der produktion die machen dann unter umständen produzieren die am wochenende eine hochzeit damit sie dann am dienstag darauf wieder ein interessantes konzert produzieren können als 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 vorbedingungen und beides davon ist beides davon ist nicht ist ist und unter dem mindestlohn bezahlt so und also also dort ist irgendwo dort ist irgendwie die tragödie und die 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 modelle die die modelle oder die überlegungen wie man wie man musik schaffen künftig weiterhin möglich machen kann und auch die die bedeutung dessen was 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 diese was diese komplex hat ich glaube da fehlt einiges an bewusstsein gerade weil es halt jetzt extrem viele extrem viele betroffene überhaupt gibt halt aber aber oftmals halt auch in der in der sozialen dimension ohne dass das von beiden seiten betrachtet wird an dieser stelle wir haben uns vorgenommen dass wir diese radar folgen so übersichtlich halten dass das so 30 35 minuten sind allein für die zuhörerinnen sie da dabei sind so wenn man jetzt also deswegen so wir würden jetzt gleich mal zum ende kommen so aber im raum steht für mich so die frage so also der kulturelle wert von aktueller musik von spielstätten von künstlerinnen von all den kulturschaffenden auch wenn das in bars und so weiter ist also der kulturelle wert der dort gemeinsam getragen wird ist steht da zur debatte oder ist der oder ist das für alle beteiligten auch aus der politik eh klar dass das ein immaterieller kultur wert ist denn wir irgendwie wenn es irgendwie nur geht erhalten wollen ob es corona ist oder kein corona ist so ist das für dich zum beispiel und wie wie siehst du da die die lage an die an der der glaube an den immateriellen kultur wert dessen was wir im endeffekt alle irgendwo tun ist also das war das habe ich eben sollte eben schon ein bisschen mitschwingen bei dem was ich zuletzt gesagt hatte ich glaube dass es im moment das besondere an der situation ist ist dass man das sämtliche beteiligte relativ klar vor den latz geknallt kriegen gerade wie wertvoll all diese dinge sind wie wertvoll kulturelle infrastrukturen kulturelle produktion auf allen ebenen ist und nichtsdestotrotz ist man muss gucken auch dass im laufe der letzten monate die verbandsarbeit in deutschland extrem angezogen hat also die die kulturverbände haben echt erstaunliche arbeit geleistet und haben sich zum teil auch noch mal komplett neu erfunden und dazu gehören auch die diejenigen die im zweifelsfall musikerinnen und musiker vertreten aber auch die bildenden künstler und so weiter und so weiter also sprich diese arbeit hat wirklich noch mal komplett neue dimensionen bekommen weil sie und natürlich auch arbeit geleistet werden musste alleine schon erklär mir doch bitte wie man diese ganzen anträge ausfüllt und da wurde vorbildlichst wurden seiten sind seiten aufgebaut wurden wo wirklich alle möglichen förder förderinstrumente zusammengefasst worden sind und 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 also sprich ich will damit nur sagen da ist unglaublich viel passiert und was damit aber einhergeht ist dass die sichtbarkeit auch zugenommen hat also sprich die freien akteure und die tatsache dass es überhaupt eine eine öffentliche debatte um die um die frage gab sind diese instrumente alle geeignet für soloselbstständige oder nicht das wort soloselbstständige damit konnten sich ganz viele leute konnten ganz viele leute vor einem halben jahr überhaupt nichts anfangen wer oder was ist ein soloselbstständiger bist du müssen soloselbstständiger ist ja witzig ich übrigens auch habe ich auch gestern erst gelernt also ganz viele und und das erklär mal irgendwelchen leuten die im zweifelsfall ganz woanders sitzen und eine ganz andere lebensrealität haben also sprich ich glaube es gibt im laufe der letzten monate gab es viele aha momente für auch entscheiderinnen die über wohl und wehe von von kultursparten und bereichen mitbestimmen qua amt was es überhaupt für kultur produktionen gibt und wie sich das anfühlt und das bleibt aber auch ein dauerhafter lerneffekt weil ich glaube dass die dass die schwierigkeit darin besteht sich nicht vorstellen zu können wie es ist soloselbstständige sein zu müssen oder als freie arbeiten zu müssen das merkt man daran dass das auch bis heute noch viel zu viel zu selbstsicher gesagt wird ja dann geh doch in die grundsicherung dass das viele nicht können und vielleicht auch für sich nicht wollen weil es weder mit ihrem lebensentwurf noch mit ihrer lebensrealität vereinbar ist das können sich glaube ich nach wie vor viele nicht vorstellen aber alleine dass es diese diesen gap gibt zwischen die ein das ist deren realität die die so leben und die realität derer die diesen hinweis geben und die diesen rahmenbedingungen geben dass es da eine diskrepanz gibt alleine das ist etwas was deutlich geworden ist und ich glaube dass diese ganzen erkenntnisprozesse im zweifelsfall dazu beitragen dass man zum einen möglicherweise sagen muss okay wir haben es euch jetzt mal wir konnten es euch jetzt mal zeigen was bedeutet wenn was wie eure schnellen weil wir sind gerade in so einer situation wo die realität permanent neu justiert werden muss weil sie sich auch tatsächlich jeden tag irgendwie neu ergibt mit jeder neuen einschätzung auch pandemie bezogenen einschätzungen gibt es neue rahmenbedingungen und politik gibt neue rahmenbedingungen vor und bekommt auch relativ schnell die antworten darauf nämlich was funktioniert und was funktioniert nicht also insofern und damit einhergehend ist eine form von eine form von einschätzung darüber was ist wertvoll ist da glaube ich mit enthalten also sprich den wert von der kultur produktion wie die stub mit sie leistet wie sie clubs leisten wie sie musikerinnen und musiker leisten die auf den bühnen der clubs stehen dafür bei aller bei allem drama was gerade wirklich am start ist was den wert betrifft hat es glaube ich einen shift gegeben wenn ich das doch würde ich sagen dass es in der öffentlichen wahrnehmung einen shift gegeben hat ja das würde ich ganz gerne mal so stehen lassen außer vor allem auch dass man eigentlich auch wirklich mal den punkt sagt dass es da dass da gerade viel bewegung ist und dass da ein wechsel stattfindet ja und würde sagen dass wir an dieser stelle zumindest mal eine kurze pause machen und gucken wie das dann weitergeht und ja erstmal vielen dank für die anregenden gespräche hier so danke danke für die einladung